so leute nächste runde möpi schrauben das ding regt mich ja so was von auf mittlerweile ich muss noch mal die vergaser rausreißen ich habe jetzt komplett oder nicht komplett sondern neue dichtung für die schwimmerkammerdeckel bestellt weil es sappert an den vergasern raus ja und wenn es an der schwimmerkammer raus sappert der schwimmerstand nicht passt könnt ihr euch vorstellen was passiert läuft nicht richtig ist auch die letzten male jetzt nachdem ich auch gefahren bin richtig bescheiden angesprungen katastrophe also vergaser noch mal raus und neue dichtung machen die habe ich mir bestellt steht als moped zwei tage ja zwei oder drei tage jetzt hier aber ich zerreiß das heute jetzt schon mal alles und dann sind wir weiter sitzbank runter tank runter luftfilterkasten runter und blablabla gut das zerreiß ich jetzt alles und dann geht es weiter ach so meinen alten tank habe ich noch geholt falls ich jetzt doch mal den anderen schwimmer innen braucht oder ich direkt den tank vorläufig drauf machen um den anderen zu entrosten um alles rauszukriegen das kann auch noch sein mit essig essigsäure oder so dass ich das mache ja und wenn es mir dann irgendwann einmal läuft werde ich hier meine alte sitzbank einschicken neu beziehen lassen aber das kommt wirklich erst wenn man ordentlich läuft vorher keine belohnung verdient die mazdi frust kippen und frust kaffee vergaser sind draußen da drin ist ziemlich leer am möppi vergaser sind hinten an der werkbank erst am ersten fall hat es wieder oben rausgepisst im luftfilterkasten war auf dem sprit drin gestanden also nicht die dicht ringe das ist dann von oben runter gelaufen der sprit ich zerreiß jetzt die vergaser selber noch mal und schau mal den ganzen scheißdreck selber noch mal an und dann sehen wir weiter also keine ahnung so kann es auf alle fälle nicht weitergehen dass der vergaser dauernd oben raus pisst ja die wir gehen nachher gleich hinter vielleicht hole ich heute auch noch das stativ dass die kämmer mal auf dem stativ steht wenn ich eben an der vergaserung spiel ich glaube das mache ich noch ja leute ich atme gerade schwer hat seine gründe heute werde ich jetzt nur noch die schwimmer kann man aufschrauben schwimmer und schwimmer nadelventil rausholen und das kontrollieren damit ich eben weiß brauche jetzt noch neue schwimmer nadeln aber das könnte ich mir definitiv vorstellen wo ist der erste zylinder hier auf der seite ja dass ich hier neue schwimmer nadel brauch naja warum hat mich so schwer hier kleinen mini kompressor geholt an seilen kompressor bis luftschlauch bist du und pistole damit ich nachher dann auch hier düsen und co durch pusten kann aber jetzt stelle ich erst mal stativ auf so leute im hintergrund habe ich mal zähler hinten weg wo ich das ganze zeug dann sauber darauf schritt drauflegen kann und jetzt bin ich gespannt ob da irgendwas speziell wieder rauskommt vergaser hier liegen übrigens locker auf habe ich nichts zusammengepresst jetzt bin ich echt gespannt was dabei rauskommt ob man irgendwas erkennen kann oder ob wieder blöde wassertropfen drin sind oder was weiß ich aber eigentlich gehe ich davon aus dass das schwimmer nadelventil hängt also hier hängt ja mal in dem moment nichts wie war das jetzt vorher rausnehmen oder nachher ich glaube den muss man vorher rausnehmen den eumel dann kann man vorsichtig das schwimmer nadelventil aushängen oder die ganze schwimmer nadel mit rausziehen das sieht an und für sich ganz gut aus spritt muss ich natürlich noch raus tun aber es ist auch kein sabber drin nichts das ist schon sehr komisch ja alles raus tropfen lassen hier das ist schon sehr komisch hm 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 ja ja da muss ich mich noch schlau machen ob man das ding einfach bloß so rausziehen kann nicht dass ich hier was kaputt mache ja schreiben wir auf alle fälle die anderen auch gleich noch an ich irgendwas erkennen kann also ich habe jetzt die dinger raus gemacht hier die vier die ähm düsenstöcke ne nadelstöcke ja für die schwimmerkammer äh ventile also die sollten ja normal komplett aufsitzen hier diese mini siebe oder was das auch immer noch darstellen soll und beim ersten war das ding schief das sitzt auch verdammt fest davon gehe ich jetzt nicht aus dass das mir jetzt beim runter machen passiert ist wäre natürlich auch möglich leute vielleicht war das der fehler ich weiß es nicht ja ich kann es vielleicht ja nur hoffen ich schaue mir jetzt das zeug auf alle fälle ganz genau an ähm wenn ich den kompressor ausgepackt habe kann ich alles noch durchpusten werde auch alles mal noch rausschrauben sauber durchpusten einfach soweit ist es wirklich sauber was ich allerdings habe ein klein bisschen äh mini dreck im sprit drin sei es jetzt vom abkippen gewesen ich kann es nicht genau sagen aber das ist ein problem für morgen weil heute habe ich keinen bock mehr gute nacht da da ja da da Untertitelung des ZDF, 2020